Die Grünen wollen bei den anstehenden Sondierungen zur Regierungsbildung eine gewichtige Rolle spielen. Das kündigte Bundessprecher Werner Kogler in einer Pressekonferenz am Rande des erweiterten Bundesvorstands seiner Partei an. Verhandeln sollen neben dem bisherigen Regierungsteam der Grünen auch Club-Opfrau Sigrid Maurer, Generalsekretärin Olga Voglauer sowie der stellvertretende Bundessprecher Stefan Kain-Eder. Ja, wir wollen jedenfalls eine gewichtige Rolle spielen bei der Bildung der nächsten Regierung. Wir machen das ja nicht für uns selber, sondern aus Verantwortung für Naturschutz, für die Natur, aber vor allem für die Menschen, die in Österreich leben. Als einen der Gründe für ihr schlechtes Abschneiden bei der Wahl sehen die Grünen taktisches Wählen. Weiters komme man bei den Jungen nicht mehr so gut wie früher an. Das hat verschiedene Ursachen und eine davon hat möglicherweise damit zu tun, dass wir nicht entsprechend mit den neuen Kommunikationsmitteln ausreichend direkt arbeiten oder noch nicht weit genug dort vorangekommen sind. Außerdem seien Teuerung und Migration als Hauptthemen nie gut für Regierende und schon gar nicht für Grüne. Klimaschutz, Naturschutz steht schwer unter Beschuss und zwar nicht nur von den rechtsextremen Parteien, die sie solche ja zu erkennen geben, auch von diversen Bubbles von unten rauf und zwar mit wüstesten Methoden. Aber wir werden uns nicht umblasen lassen, keine Sorge. Wild entschlossen sind die Grünen, einen freiheitlichen Nationalratspräsidenten zu verhindern. Doris Burris hat aber bereits angekündigt, dass die SPÖ einen freiheitlichen Kandidaten zum Nationalratspräsidenten wählen wird. Auch die ÖVP, Karl Nehammer hat das bereits angekündigt, dass sie das tun wird. Und auch die NEOS, Beate Meinl-Reisinger hat gesagt, dass sie damit kein Problem hat. Und ich halte es aber sehr wohl für ein großes Problem, in Kenntnis aller Aussagen von Herbert Kickl, in Kenntnis seiner Vorbilder, in Kenntnis der Geschäftsordnung und der Verfassung und mit Beobachtung, was in Deutschland passiert ist, einer Person aus dieser rechtsextremen Partei dieses extrem wichtige Amt zu geben. Personell tut sich bei den Grünen trotz der starken Verluste aktuell nichts. Parteisprecher Kogler werde bei der Konstituierung des Clubs wieder zum Fraktionschef gewählt, so Club-Opfrau Maurer. Philipp-Opfrau Dirk-Oprau Dirk-Oprau